Ich freue mich natürlich, wenn ich wieder nach Hause komme. Ich habe hier viele schöne Jahre gehabt beim VfB und ich freue mich natürlich, dass ich heute auch hier dann... Ich habe mich natürlich gefreut, hierher zu kommen und hier zu spielen. Ich bin jetzt wirklich mit keiner Erwartung da reingegangen, dass ich jetzt ausgepfiffen werde oder dass ich jetzt gefeiert werde. Ich wollte einfach wieder ein gutes Spiel machen und natürlich, dass es sich dann so entwickelt hat, umso schöner. Ich glaube, man spielt viel, viel gerne, wenn man vor allem von den eigenen Fans bejubelt wird, als wenn man ausgepfiffen wird. Und gerade hier in Stuttgart hat es mich doppelt gefreut und deswegen hat es damit in den zwei Toren eigentlich auch ganz gut gepasst. Dann konnte ich den Fans auch noch ein bisschen zurückgeben. Ich glaube, als Stürmer Nummer eins würde ich mich jetzt noch nicht bezeichnen. Ich habe jetzt ein paar gute Spiele gemacht. Trotzdem haben wir so viele gute Stürmer. Ich glaube, da muss man jedes Spiel zeigen, was man kann, um dann auch für das nächste Spiel sich zu empfehlen. Und das versuche ich einfach. Ich freue mich, dass ich jedes Mal in letzter Zeit regelmäßig aufgestellt wurde. Ich habe versucht, es einigermaßen zurückzuzahlen. Und ja, es hat ganz gut geklappt und ich hoffe, dass es so weitergeht. Und das wird's first werden. Untertitelung des ZDF, 2020